Und wieder zurück zu einer weiteren Folge, Fortnite. So, und ich hab mir heute mal gedacht, in der Folge, warum immer die selben Helden spielen. Ich hab jetzt mal wieder meinen Drachenscourge genommen, ja, und als Unterstützer einhalten quasi meinen Raben. Da haben wir 14% Schadenresistenz. Und hier machen wir Nachkampfskills, erhöhen den Bewegungstempo um 3, 3 Sekunden lang um 30%. Ja, ich denke mal, das ist ganz okay. Okay, so, unsere aktuelle Mission ist ja, evakuiere den Schutzbunker. So, das werden wir auch jetzt mal tun. Müssen wir mal gucken. Äh, empfohlen für 4 Spieler. Okay, haben wir noch irgendwas... ...kleineres? Nee, nee. Das sind die 34er. Hier haben wir noch was. Also, da ich ja die Mission an sich noch nicht so wirklich kenne, würde ich schon gerne mal die Mission machen, bevor ich hier für 4 Spieler und mit Mutantensturm und alles mache. Obwohl die Belohnung eigentlich ganz cool ist. Aber ich denke mal, wir gehen ja mal hier rein, ne? So, starten wir mal. Mal gucken. Und ja, ich hab mir extra eine schnelle Einheit ausgesucht mit dem Helden quasi. Ähm, weil ich glaube, äh, wir müssen relativ schnell viel verteidigen. Irgendwie so war das gewesen. Ich glaube, das war irgendwo mit Zeitbegrenzung, weil ich mich nicht ganz täusche. So, mach mal hier hin. Such mal bitte eine Lobby. So, ein 25 Überlebende soll man retten, ne? Äh, 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 äh. Ich forst nicht, dass es nicht ist da. Wollen wir den mal einladen? Komm, wir laden den mal ein. Vielleicht hat er ja Bock. Ich will jetzt auch noch nicht starten. Weil, äh, ich wäre jetzt quasi der Einzige drin und ich glaube, das wird noch nix. Da ich die Mission noch nicht hundertprozentig kenne. Na, ich war's nicht, ist dabei. Äh, 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 Gruppe. Äh. Wuhu. Warte mal, ich schreib ihm mal ganz kurz. Gucken, vielleicht hat er ja Bock auf Discord. Wir sind ja mal wieder eine Folge dabei. Da freut er sich bestimmt drüber. Wenn ich mach ihm mal einen ganz kleinen Cut, damit wir hier nicht so viel Zeit verballern. So, ich starte jetzt einfach mal die Runde. Ähm. Wollen wir mal gleich uns überraschen lassen, ob wir auch in Discord mit reinkommen. Ein überlebenden Schutzbunker wird angegriffen. Äh, wo? Da hinten. Finde den Schutzbunker, bevor die Hüllen zu viel Schaden anrichten können. Dein Nebelung. Achso, das mach ich hier, okay. Hüllenbesen! Hüte! Hüte das! Schießen, stechen oder reparieren. Irgendwas! Wieder einer weniger. Ah! Sind sehr viele. Ich muss noch meine Drohne zum Einsatz bringen. Gute Arbeit! Der Schutzbunker muss aufgeladen werden. Okay. Sobald der Schutzbunker repariert ist, können wir die Überlebenden bergen. Den Schutzbunker komplett wieder aufzuladen, wird zehn Minuten dauern. Okay. So, und was müssen wir jetzt genau tun? Bereite... Ein Sturm naht! Ja, die Verteidigung vor. Fertig für den Schutzbunker und bereite dich auf einen Angriff aus allen Richtungen vor. Aus allen Richtungen. Ich weiß noch nicht, woher dieser Sturm kommt. Warte mal, ich will mal kurz hier runtergucken. Guten Tag, mein Schöner. Guten Tag, du bist wunderschön mit in der Aufnahme mit drin. Ah, schon wieder. Ja, wieder eine spontane Aktion. Ah, okay. Schutzbunker, okay. Ja. Ich hab mir so gedacht, komm, bevor ich das hier wahrscheinlich wieder alleine machen muss, weil gerade keiner irgendwie dazukommt. Kurz lieber mal mich dazu. Darum ja, ne? Oh! Bin ich hier runtergefallen, natürlich. Na gut, du hast mir ja gestern geholfen, kann ich natürlich dir auch mal helfen. Auch nur ausnahmsweise. Ach, da hinten ist ja noch einer. Diddilicious. Aha. Äh, der Bunker steht extrem gut, muss ich sagen. Also so von der Verteidigung her. Das musst du ja überhaupt machen. Ja, einfach nur verteidigen. Achso, okay. Also der steht wirklich extrem gut, weil der ihn auf der Kante steht. Stimmt, ja. Das heißt, die können nur wirklich von der anderen Seite kommen. Ja, also hier quasi Way hat mir gesagt, die kommen von überall, aber... Äh. Das glaub ich noch nicht mal. Die können ja nie... Die können zwar von überall kommen, aber die kommen halt nur von einer Seite hoch, sag ich's mal so. Ja. Brauch ich einfach noch mal zu? Damit die gar nicht erst hier hochkommen? Äh, warte mal, wie mach ich denn das? Äh, brauchen wir mal hier was Schönes auf? Äh, zack. Sturmdaten wurden aktualisiert. Sieh auf deine Karte! Okay, die kommt wirklich nur von vorne, ja? Das sollte eigentlich sehr easy sein. Huch. Scheiße. Kannst ja bearbeiten. Ja. Auf gar keinen Fall. Äh, was ist denn hier los? Ich hab's gemacht. Nee, hier sind gerade Zombies. Achso. Kommen die denn jetzt hier auch so schnell ran? Sogar auch eine 40er-Zone. Ja. Hast du mal diesen Spawnpunkt angeguckt? Das ist ja direkt daneben. Das ist ja direkt hier vor uns. Ich kann nicht. Von wegen alle Seiten hier, ne? Ja, ja. Du Lügner. Äh, warte ich mal ein bisschen auf hier. Ich hab nicht mehr so viel Eisen, leider. Na, das mach ich dann. Alles gut. Ich hoffe, dass das Eisen auch aushält, wenn das direkt hier davor der Spawn... Oh, warum das? Ah, nee, jetzt ist er weg. Okay. Was denn du hier Schönes? Ja, das muss man ja... Weil, wenn wir jetzt hier so dahin gucken, dann können die jetzt noch ein bisschen rüberlaufen. Ja, ist richtig. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, ist richtig. Jetzt hab ich mich gerade nur selber eingebaut. Huch. Warte, ich hier. Nee, ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Alles gut. Mach jetzt nur die Tür wieder weg. Äh, da kommen schon wieder welche. Nein, da kommt ein Sprengtyp. Geh weg, du! Nein, mitten hier rein. Na, Metall solltest du eigentlich aushalten, oder? Nein. Hat's nicht. Na, dann warte, ich warte noch ein bisschen auf hier. Damit ist das Nächste. Ich hab doch 200, das mach ich auch noch. Kann ich nicht machen. Dann hältst du auf jeden Fall das Nächste mal aus. Und ich kann ja noch ein paar Pfeilen ranklatschen. Äh, was haben wir noch? Ich hab leider keine Schrauben mehr. Sonst konnte ich auch noch bauen. Na, ich mach. Alles gut. Na, mal los! Gut, jetzt hab ich kein Eisen mehr. Alles gut, ich hab ein bisschen hike noch. So, jedenfalls die Außenhülle, die machen wir auf Stufe 3. Und dann ist es okay. Achso, das ist schon. Achso, hier komme ich ja sogar rein von der Seite. Sehr schön. Ich hab noch ein paar Boden voll. Ich lasse ich hier nur mal kurz hin. Achso, ich spiele ja heute mal Ninja. Haha. Ja, ich auch. Wegen Doppelsprung, weißt du? Ja. Mir gerade eingefallen, stimmt ja. Ich komme ja auch so drüber, über die Wand. Ich spiele generell gerne Ninja-Form, weil das mein best aufgelabelter Ninja-Also-Held ist. Na gut, da habe ich jetzt auf relativ fast alle gleich. Das ist den Einzigen, den ich auf drei Sterne habe. Ja, dann habe ich nur auf zwei Sterne. Ich würde ja gerne auf vier weitergehen, aber das darf ich noch nicht. Da muss ich erst den nächsten... Na gut, da muss ich auch mal... Den nächsten Fähigkeitsbaum erst wieder... Massenkontrolle! Musst mir überlegen, allein drei ist schon eigentlich, kann man eigentlich erst ein Brutale erreichen. Also, normalerweise. Ein Stern ist halt... Steinwald zwei ist halt Plankaton und drei ist halt brutal. Also wenn du auf vier machst, das wäre dann eigentlich auf Stufe dann... Ich weiß gar nicht, wie die vierte Welt heißt. Äh, Twine Peaks, glaube ich. Ich glaube, Twine Peaks war irgendwie so... Na gut, das ist ja noch weit von entfernt. Ja, aber brutal. Da freut mich, wenn es einmal, ich sage mal, in... In Anführungszeichen Massen in, äh, Dings gibt. Äh, Malarit. Dass ich die Waffen dauer... Dass ich die Waffen dauer auf nutzen kann. Das wäre schon ganz nice. Ja, das ist so ungefähr, das findest du dann genauso oft, wie hier du... Das Silbererz. Das Silbererz bekommst. Ja. Weil Silbererz bekommen wir ja auch, er sitzt hier. Ja, zum größten Teil. Obwohl ich mittlerweile auch keine großartige Malarit-Probleme habe. Ich habe momentan zwei. Na gut, da habe ich ein kleines bisschen mehr. Ja, so um die 30, schätze ich mal. Hast du dem Letz was vorhin erzählt? Ähm, ein bisschen hatte ich ausgegeben, aber ich habe jetzt wieder 27. War gut, ne? Ja. Ne, stimmt, ich glaube, ich habe sogar noch acht im Lager. Also, was ich noch machen will, ist das Schwert, was ich gerade habe. Das will ich auf jeden Fall noch weitermachen. Auf Malarit jetzt schon. Weil das kostet nicht so viel. Das hält sich echt in Grenzen und das hat eine sehr gute Haltbarkeit, muss ich sagen. Okay. Ja, das ist mein einziger Server, den ich mit Malarit bauen kann. Nicht gerade mal. Und die... Dritte Plex, gerade die. Das Drachengebrüll ist okay, sage ich mal, von der Kosten her. Es hat leider keine großartige Haltbarkeit. Ja. Was ich aber im Ninja so cool finde, ähm, weil man dann so durchgegt, ja, durchgeht. So ganze Massen und dann einfach... Ach, ist nicht so weg. Hm, ja. Ähm. Muss man unbedingt gucken, was ich dann später meine Waffen weiterbauen möchte. Wegen hier Schattensplitter und dem ganzen Kram oder Obsidian. Also, da gibt's ja, da gibt's ja auch coole Varianten. Entweder du levelst halt ganz normal weiter, ich glaub mit Schattensplitter. Ne, Quatsch, mit Obsidian. Da levelst du halt ganz normal weiter und wenn du auf Schattensplitter umskillst, dann machst du extrem viel mehr Schaden. Aber deine Haltbarkeit geht dafür runter. Das heißt, du müsstest das Ding viel öfters bauen. Okay, ich hab keinen Horn noch. Da bin ich, äh, immer noch unschlüssig, was ich später machen werde. Okay. Kommt wahrscheinlich auch an, was du eher kriegst. Ob du Schattensplitter, mehr kriegst zum Farmen oder, oder das Obsidian. Aber naja, das ist, das ist aber schon wieder weiter. Das ist schon wieder mehr so in Twine Peaks. Dieser Rohstoff. Könnte durchaus sein. Oh gut, so weit bin ich halt nicht. Na, ich auch nicht. Ich auch nicht. Wo war ich? Nach oben! Hast du schon diese Bomben, Liefer die Bomben-Abb-Mission schon gemacht? Ja, gehe ich heute in, äh, am Anfang quasi der Aufnahme-Session. Achso, okay. Ja. Dann hab ich noch, ähm, Sturmschild-Verteidigung auf 5 hab ich heute noch gemacht. Ganz alleine? Äh, nein, nein, ich hatte da Hilfe. Ah, okay. Und dann hab ich den anderen auch noch geholfen, dann hab ich denen quasi nochmal eine Sturmschild-Verteidigung 5 gemacht, weil er mir geholfen hat. Und noch eine schöne Baufolge. Und was haben wir noch? Irgendwas war es noch gewesen, ähm... Ich bin richtig fleißig heute. Ja, ja, ich hab heute fleißig aufgenommen. Also es kommen dann auch, quasi, wenn die Folge rauskommt, ist es ja schon passiert. Aber es kommen täglich Folgen dann erstmal, eine ganze Weile. Musst du erst mal nicht aufnehmen, kannst du erst mal dann so in Ruhe normal spielen. Ja. Au, ja, 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 ich bin hier runtergefallen. Kannst du auch einmal wieder hochspringen. Ja, könnte ich. Äh, was macht denn eigentlich die Rauchbombe beim Ninja? Was hat denn die für einen Effekt? Außer, dass sie jetzt, äh, eingenebelt ist. Ähm, du kannst dich verstecken, schätze ich mal. Ich weiß es gar nicht. Ich hab's ehrlich gesagt noch nie probiert. Ich, ich benutze nie, also. Okay. Na, dann werde ich gleich mal testen. Warte, das müsste doch in der Beschreibung stehen, oder? Ja, ich hab's ehrlich gesagt nicht gelesen. Da kommen Sie! Sichere den Schutzbunker! Ich lese sowas nie. Verteidige den Schutzbunker, bis die Überlebenden... Ich gucke mal, ich mach das mal hier vorne, mal gucken, was das bringt. Es macht Schaden. Okay, es ist wie so... Okay, das ist ja richtig. Das ist ja wie so ein giftiger Nebel, sag ich mal. Das ist ja cool. Ja. Okay, haben wir hier drei Ninjas? Ja. Ich hätte jetzt so gedacht, dass es sowas wie so ein Ninja-Film ist, dass sie die Rauchbombe werfen und dann aber weg sind. Ja. Also dann, dass die G-Tan da nicht sehen können. Mit dem Raben, da macht das auch verdammt viel Spaß, ja? Äh, mit Schwerter. Wenn der seinen Kriegsschrei macht, dann bist du extrem schnell unterwegs. Mit einem Schwert. Also ein Kriegsschrei? Kriegsschrei ist so seine Fähigkeit von dem. Okay. Äh. Warte, ich habe einen kleinen Buff. Oh nein, der Fett ist hier. Der ist sich zwanzigmal wiederbelebt. Achso. Wo, 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 wo? Ach, da hinten. Nebel vorhanden. Okay, Rauchbombe ist echt cool. Was machst du denn du da mit dem? Ja, damit der nicht abhauen kann. Äh, haut doch so nicht ab. Der ist ja eigentlich relativ, ist er, leicht. Hast du, bist du da drinne jetzt? Ja, ich hab nur neppich. Ja. Okay. Was ich auch machen könnte, ist einfach hier oben draufstehen. So kann er sich nicht wehren. Naja. Ich geh kein Schaum. Der wird ja eines Tages da durchkommen, oder? Äh. Okay, du reparierst. Na, du machst halt schon. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Die haben sich zwei verirrt. Oh, eine Daten. Äh. Warte mal. Ich will auch mitmachen. Mh, mh. Er macht Morbin Kreis mit. Du, Lum. Äh. Okay, jetzt haben sie mir die Tür zugebaut. Und die Schweine. Kann ich da... Kann ich da doch shoppen? Kannst du auch drüber spielen. Stimmt. Nein. Das ist jetzt schon das Viet, wo er wiederbelebt wird. Äh, ich höre irgendwas Großes. So, und zack. Ist tot. Sehr schön. Rauchbombe. Okay, die Rauchbombe ist echt nice. Habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Oh nein. Was kann die? Was kann die? Was denn? Ach, die macht Schaden. Lol. Wer denn? Was denn? Die Rauchbombe. Ach so, ja. Also, die da reinrennen, quasi kriegen... ...sein giftiger Nebel oder sowas. Keines Zeiches vorstehen. Ja. Willst du fang den Ninja spielen? Haha. Und vor allen Dingen sparst du ja richtig schön viel Munition, wenn du so nimmst, ja? Oder das Schwerter nur genommen. Okay, das wäre ich... Das wäre ich mal ein bisschen wieder im Fokus setzen. Das ist alles schwer. Ich habe ja auch einen Spann, aber leider ohne Element. Ach so. Ne, das habe ich auch nicht. Davon habe ich irgendwie... Davon habe ich... Irgendwie noch nicht so viel Glück gehabt, ehrlich gesagt. Was hast du für eine Waffe? Wie heißen die? Ich habe nur die Gründerwaffe, die Naturschaden macht. Ansonsten habe ich nur Standortwaffen. An sich. Also ich habe jetzt das Hackball auf... Ach so, das meinst du. Äh, warte, da muss ich gucken. Ich glaube, ich habe... Äh, Hackball, genau. Das nutze ich auch. Ah, du auch. War leider noch nicht so gut aufgelabelt. Das ist auf 58. Meins auch. Aber ich will das jetzt weitermachen demnächst. Ich bräuchte, glaube ich, nur mal wieder Regentropfen. Ja, da ich ja jetzt auch in 40er-Zone bin, würde... Ich glaube, das Malachid-Farmen leichter. Bumm. Hat das auch einer? Ne. Oha! Dachenschlag! Ohoho! So, noch 40 Sekunden. Das ist ja relativ einfach mit die Wesen. Ja gut, das Ding stand auch wirklich sehr günstig für uns. Ja. Weißt du, es ist so mitten im Feld, wenn es handelt von allen Seiten? Ja, da rum. Ich habe gestern ein neues Neupper bekommen, die würde ich gerne bei uns probieren. Geist nicht. Ähm. Wespe mit Zielfernrohr. Wespe mit Zielfernrohr, okay. Libelle hätte ich dir sagen können, wie die ist. Ja, die macht... Das ist jetzt auf 44 NG und die macht 400 Schaden. Das ist nicht so... Ne, das ist nicht so... Ne, darum... Die hätte ich auch nicht weiterlevelt. Die hatte ich mal eine ganze Zeit lang an sich genutzt, aber... Naja. Geh wann hin? Du bist bei allem fast der Beste. Was? Wie schön. Warte. Oh, 2000. Das war nur relativ einheitlich, wa? Ja. So, nochmal ein neues Level oder... Nee. Schade. Oh, ich freue mich schon auf... Ich bin gut. Auf den neuen Fähigkeitenbaum. Da habe ich einige Punkte, die ich da reinballern kann. Okay. Ja, ich spare jetzt mittlerweile schon. Ich kann nichts mehr ausgeben. Ach, sehr schön. Ich bin gerade... Immer noch bei der Hälfte. Ich habe, glaube ich, zwei Sachen gerade mal gemacht. Aber von der Mission her bist du, glaube ich, genauso weit. Oder weiter jetzt, ja? Äh... Ich kann nicht gleich sagen, was ich jetzt für eine Mission habe. Also, ich bin, glaube ich, fast so weit oder gleich weit wie du. Ich bin jetzt Auftragsseite 10. Ich glaube, ich bin 9. 9? Warst du nicht weiter? Äh... Warte mal, was muss ich machen? Also, rette 25 Überlebende in erfolgreiche Missionen. Schließe 2 evakuäre Schutzbunkermissionen. Da bin ich jetzt auch. Die Mission heißt Sicherer Hafen, stimmt's? Ja, genau. Ja, das muss ich auch machen. Äh, was ist denn eigentlich mit die Überlebenden retten? Äh, muss man da auch in der 40er-Zone bleiben? Äh... Weil da steht ja eigentlich... Da steht ja eigentlich nur, schließe 2, äh... Schutzbunker ab in der 40er. Die 25 Überlebenden... Die 25 Überlebenden sind ja quasi... normal, also könnte ich auch in der 1er-Zone reingehen und die machen, oder? Ja, eigentlich ja schon. Das denke ich auch. Na gut, dann muss ich irgendwann... Aber halt, dafür müssen wir es erfolgreich machen. Ja. Dafür muss man halt gewinnen. Dann muss ich irgendwann nochmal seine Überlebens... Also hier rette die Überlebenden eine Mission machen, um auf die 25 zu kommen. Das dauert ja ein bisschen. Ja. Na gut. Also das mache ich dann im... im Offscreen quasi weiter. Was ist denn danach? Blue Water. Das ist irgendeine Datenbeschaffung, wa? Ip. So wie das aussieht, das Zeichen. Was kommt denn danach? Wann kommt denn mal wieder Dings hier? Ballon auf Abwegen? Oder das Radar-Dings hier bauen? Äh, das sehe ich ja jetzt schon. Oh ja. Was haben wir denn noch? Und dann kommt einfach mal eine ganze Weile kein Sturmschild mehr. Erst auf der letzten Seite. Ja, bis halt auf der letzten Seite. Ja. Na gut. Ja, dann machen wir an der Stelle in der nächsten Folge weiter. Bzw. die Mission mache ich jetzt im Offscreen zu Ende. Und dann geht es weiter mit Foo Florter in der nächsten Folge. Oder wie das ausgesprochen wird, weiß ich jetzt gar nicht. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Du darfst gerne Tschüss sagen. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.